VAMPIRE VEMASQUERADE BLOODLINES 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 mit dem Einschüchtern. So. Warte mal, da mache ich dann gleich mal ein paar Punkte in Beherrschung rein. So, mein Blutvorrat ist voll gut. So, speichern. Na, und dann, ähm, wegen gestern jetzt auch, dann hab ich halt noch den ganzen restlichen Abend auf YouTube verbracht. Ich war mal ein bisschen beim Gronkh, ich war mal ein bisschen beim Sarazar, ich war mal ein bisschen beim Rumpel und so. Rumpel hat ja jetzt auch sechst, ähm, 66.000 Abonnenten, oder? So, ähm, Warte, warte, Beherrschung. Ja, Rumpel hat ja jetzt auch 66.000 Abonnenten speichern. Ähm, da natürlich auch von mir einen herzlichen Glückwunsch an dich. Also, wenn du jetzt mit zuschauen solltest, lieber Herr Manuel. Oh, jetzt dachte ich schon, der sieht mich. Na, mein lieber Herr Manuel. Dann natürlich auch herzlichen Glückwunsch von mir. Und da hab ich erst mal ein SMS gekriegt. Warte mal, ich mach mal kurz den Ton leiser. So. Warte mal kurz. Ich muss hier nebenbei noch SMS schreiben. Ähm, warte. Boutique 37 Munition, gut. So. Ach, gut. Also, davon haben wir noch einen Blutvorrat, einen Penner. Das ist gut. Ähm, gleich mal Selbstmord einstellen. So, jetzt, ähm, Troms. Gar mehr. Nicht du. Geh aufs Ding wie ich. Mann. So, jetzt. Ach, Mann. Mist, 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 Mist. Mist. Baffer weg. Ich hoffe, mich hat jetzt keiner weiter bemerkt. So, warte. Der kommt da hinten erst. Gut. Warte. Komm nur vor, mein Freund. So, jetzt. So, jetzt. Dass ich dann erst mal wieder ein bisschen Blut habe. Aber ich wollte meine Blutbälle noch ein bisschen einsparen. So, ähm. wieder runter. Und hier rum. Ich seh gerade mal so garnischt, weil meine Sonne gerade auf den Bildschirm scheint. Entschuldigung. So, von dem Penner da hinten könnte ich dann auch noch trinken, aber ich lass es erst mal. Sieht man mich da durch den Waggon durch? Das Schleißerknöckung hab ich immer noch zwei. Ähm, jetzt brauch ich Blutmacht. Oder schaffe ich es auch ohne? Lass mich mal gucken. Nee, natürlich nicht. Mist, Mist, Mist. Ach nee. So, ducken und durch. So, hier nimm. Gut. So, jetzt nur noch dich. hallo? Hoah! Du hältst die Klappe. So. Ich hoffe, das hat jetzt keiner weiter gehört. Ey, wie schnell ich hier entdeckt werde. So, was liegt hier denn hier oben noch? Ein Messer. Das hab ich schon. Äh, gut. Speichern. Gut. So. Gut, ähm. So, so. Trance hab ich eingestellt. Gut. Oh, 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 oh. Ich seh den auch überhaupt nicht. Aber wie gesagt, die Sonne klatscht hier gerade bei mir drauf. Ich seh den Kopf. Na, 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 na. Zack. Wunderbar. So, warte. Gott sei Dank. Gut. Guter Kaffee. So. Gut, wieder runter. Ähm, speichern. Ja, ich weiß, ich bin jemand, der sehr, sehr oft speichert. Äh, jetzt brauch ich wieder Selbstmord. Und jetzt hier müsst ihr aufpassen. Weil hier steht überall Sprengstoff. Und hier sind noch zwei Gegner. Ähm. Wo ist denn der? Ach, da. Jetzt seh ich ihn auch. Ähm, und der andere ist da drüben. Und den schalte ich erstmal mit. Warte. mit Selbstmord aus und den anderen. Wo ist denn der? Ich seh den überhaupt nicht. Hä? Oh, oh. Ich seh ihn nicht. Scheiße, wo ist denn der? Ach, da ist er doch. Okay. Jetzt hab ich ihn auch erstmal gesehen. Warte, warte, warte. Jetzt. Wunderbar. Und. Huai, hui, 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 hui. Gut. So. Die nehmen wir mit. So, dann kann man jetzt eigentlich hier noch die Tür knacken. Da ist Munition drin, aber was hatten die für das Schloss Schwierigkeit? Sex schaffe ich nicht. So. Gut. Wer sieht mich? Das dürfte im Lagerhaus sein. So, zack, weg ist er. Gut. Jetzt wieder vor. Und dann schalte ich die mit Selbstmord aus. Hier habe ich die Munition schon eingesammelt. Gut. Und dann schalte ich die von oben aus. Sieh da, sieh da sofort. Hier ist keiner. Gut. Und hier wieder vor. So, nochmal was getrunken. Und einmal speichern, bitte. Und ich hoffe ja jetzt eigentlich auch, dass es jetzt auch, auch jetzt eigentlich mal meine Stimme aufnimmt, ja. Also, wo ich das gestern gesehen habe, ey. Dachte ich mir, Anno, ja, äh, warum hast du jetzt aufgenommen? Also, für welchen Zweck hast du jetzt bitte schön aufgenommen? Entschuldigung. Ich habe jetzt die Maus auch ein bisschen verdreht. So, speichern. Und durch. So, wartet man ganz kurz. Und das ist,